Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari! Yo! Ich bin ganz natürlich. Ich jetzt darf letztlich. Das wäre eigentlich schon witzig. Das wäre eigentlich geil, oder? So kommt der Anruf ins Römer. Man hat immer so eine Plastikpalme in der Hand. So ein Schnitt und dann Teile. So ein Vollbad. Ja, echt, ne? Zehn Jahre später. Vollgealtert. Wir haben Zeitreisen entdecken. Ganz einfach. Das kann ich übrigens auch noch verwenden. Ja, bitte. Oh, okay.